Betriebe oder Administrationen, die sich für fair gehandelt und biologische Arbeitskleidung entschädeln, setzen eine starke Zeichen für den Respekt von den Menschenrechten und für die Welt. So kann auch Ihr Betrieb sich aktiv für die Nachhaltigkeit, für den fairen Handel und für mehr Gerechtigkeit ersetzen. Setz doch Dir auf Arbeitskleidung mit dem Logo von Fairtrade.